Ja, liebe YouTube-Freunde, was macht Ihr Bauer heute Sonntagmorgen? Ja, er ist am Kaubertränken. Komm, komm, komm. So, wo ist's Rosalie? Rosalie, 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 Rosalie. Galloway-Karlberg. Hier, das Rödelí. Und hier, der Jungsge. Der Hat John B. Coleman. Ja, liebe YouTube-Krände, was macht der Bauhausi nach dem Kalbergrenzen? Ja, da will er doch die NZZ am Sonntag lesen. Und die war heute künftig um 8 Uhr im Briefkasten. Jawohl! Hier, unser Briefkasten. Ein bisschen speziell. Und hier, die NZZ am Sonntag vom 5. Dezember. Ja, da gehe ich nochmal rein in die warme Stube. Und hier, und lasse die NZZ. Übrigens, wie ihr seht, Temperatur heute Sonntagmorgen minus 5 Grad.